Ahmed ist sehr hungrig und deswegen bringen wir ihn jetzt ans Buffet. Wenn ihr die Schnecke so seht am Boden an eurer Tasche, dann müsst ihr sie immer von unten packen. Also ihr geht richtig unter den Fuß hier drunter und packt die nicht am Haus ziehen. So, dann könnt ihr sie so hochheben. Und dann wollte ich ihnen das eigentlich hier reintun, aber hier sind wieder die Türsteher. Da kann ich also nicht aufmachen, weil die die komplette Tür zugeschleimt haben. Das ist Günther und Chantal. Ja, Ahmed ist ja da, aber es wäre schön, wenn ihr Platz machen würdet, dass er reinkommt. Jetzt muss er auf die andere Seite. Könnte man Chantal sitzen auf dem Essen? Also dann müssen wir ihn jetzt irgendwie hinbringen, das ist nicht so einfach. Oh mein Gott. Okay, dann vorsichtig hinlegen. Dann kriegt er hier noch Bienenpollen und Kräutersticks aus meinem Shop. Als Belohnung. Und dann natürlich wieder die Schnecke feucht halten, aber in der Luft muss sie feucht gehalten werden. In der Luft.